Das ist Herr Macher. Herr Macher arbeitet in einem Autohaus. Zu seinen Aufgaben gehört das Aufbereiten von Fahrzeugen. Herr Machers Problem? Abgase, Kunststoffausdünstungen, Keime und andere Schadstoffe finden ihren Weg ins Fahrzeuginnere. Zusammen mit Nikotin, Lebensmitteln, Tieren und Co. verursachen sie dort unangenehme Gerüche. Herr Macher ist froh, dass er hier auf seinen Partner Wirt zählen kann. Denn anders als Duftbäume und Raumdeos räumt Wirt Aerofresh mit Schadstoffen und schlechten Gerüchen auf. Und das geht so. Unter Einwirkung von Sonnenlicht zerlegt Aerofresh die Schadstoffe photochemisch in gesundheitlich unbedenkliche Verbindungen. Nach und nach verschwinden die Schadstoffe. Je öfter Herr Macher Aerofresh verwendet, desto stärker ist die Wirkung und hält mehrere Monate an. Aerofresh kann noch mehr. Gleichzeitig reinigt es die Glasflächen und verringert das Beschlagen der Scheiben. Herr Macher ist begeistert. Aerofresh ist ein richtiger Problemlöser. Denn Aerofresh reinigt Glasflächen, beseitigt Schadstoffe, entfernt Gerüche und reduziert das Beschlagen der Scheibe. Das sind vier Anwendungen in einem einzigen Produkt. Aerofresh ist nicht nur für Herrn Macher eine gute Lösung. Auch Tankstellen, Autovermietungen, Fuhrparkverantwortliche und andere Kfz-Nutzer profitieren von dem Alleskönner. Mehr Informationen finden Sie unter www.wirt.de slash Aerofresh Anwendungen, Fuhrparkverantwortliche und Obrasf acronCryst Le eerste Anwendungen, Ftlitz